los geht's heute habe ich den neuen rechner gesehen von montana black den er bekommen hat von mit kommen er hat 32 kerne von amd so ein fred ripper ich auch gedacht 64 threads lächerlich was würde bei mir nicht reinkommen ins system was langsames klettert er hier nicht rein und gibt es munition aus schön ist denn dieses dach hier so den ersten hammer gelösten und diesmal gibt es auch wieder zwei ok ja wo auch geradeaus nur der kommt von links schon mehr so ein klops an ach und donnerstag werde ich mit meiner schwester wieder zum sport fahren dann müsste das mit meiner wange auch wieder klappen ja das wäre schon gut und dann hoffe ich mal dass ich erstmal länger von irgendwelchen krankheiten verschont werde am besten ja das muss hier drin sein irgendwie wo ist denn hier der eingang eine gute frage hier durchs fenster rein ich beobachte hier oben ein bisschen die luft das gut sonst nichts hat er diese fässer sind aber auch fett die anschauen anrichten ja ich glaube hier lange oder ach da gibt es munition das schmeckt ich habe früher mal irgendwie so ein song gehört den habe ich noch im kopf hat einer so ein sample reinen sprach sample reingehaut blut schmeckt metallisch nach kupfer auch nett ja oh das ist aber das ist aber schon hier ein nachbarschaftshilfe die schießen ja auf linken seite irgendwie ja ich hoffe mal nicht zu nah ich fand jetzt nicht dass es unbedingt sehr nah ist aber doch die könnten hier in dieser hütte sein drüben oder dieses nebel das ja der nebel ist nicht schön oder oben ist ein immortler das finde ich auch nicht so gut oh oh gegner tot du bist tot ja gegner wo bist du denn da ah war unten im wasser so ein typ ach du scheiße du bist ja ganz woanders lang gelaufen ja es gab ja zwei dieser blauen ich dachte wir machen die beide ah gucken wo ist der vogel denn ich glaube da lief der gerade an meiner leiche ach ne er kann da links so raus hier so irgendwie da oh er hat meine waffe genommen wo ist der wo ist der denn hallo oh ist da was geflogen denn ja ich glaube schon da ist der radio hofen da ist er ah da das ist ja da ne ja das hat er mich geblündert weiter oh links ist noch einer weiter hier ja links ist noch einer oh 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 Vielen Dank.